guten morgen guten tag guten abend meine lieben kommt drauf an wann ihr mich eingeschaltet hat herzlich willkommen bei marga eska 62 plus kanal ein der einzigste kanal aus dem ganzen weiten welt für damen männer und nicht nur im eleganten alter und nicht nur die jungen bitteschön könnt ihr auch hier gerne gerne kommen ihr weiß bescheid dass ich letzte zeit teilweise original zum pflege nutze jetzt habe ich mir dazu gekauft ein peeling der soll sehr gut sein und diese peeling verwendet man höchstens einmal in der woche und höchstens zehn minuten am gesicht sollte drauf und danach schnell abgewischt ich habe mir so gesagt weil ich jedes zweite vierte tag mache ich mit meinem gerät zuerst säuberen sich tiefe säuberung mein meinen gesicht ist und danach einschleudern von dem januar und würde ich sagen zehn jeder zehnte tag oder jeder vierzehnte tag er werde ich das das ausprobieren zuerst vielleicht diese woche noch so wie geht es nicht so gut weil ich heute ist der erste tag nach partage migräne wo ich ganz normal licht zu empfinden die laut herum um mich und ich kann auch vor der kamera ich wollte ich wollte das machen schon gestern aber das war noch zu früh habe ich mir gedacht warte ein bisschen ein tag weil ich mir stehen schon die produkte und ich würde gerne die vorzeigen und ich zeige gleich auch vor was ich vor habe also meine liebe ich wegen den den mit koffein und habe ich ja unter immer verwende ich zur nachtpflege das verwende ich hier hier oben nur von wenn ich hier drehen von make-up aber ich habe abgesehen im internet gesehen ein eine von reichen und ein konziler und ordinär das ist ja sehr und das soll ja auch ja hier bekommt ihr die ganze liste die seite habe ich schon auf dem gesicht habe ich pflege dass das heißt sehr und ordinärlich habe ich vom doktor perico steht wieder im kühlschrank ein creme feuchtigkeits creme und dann augen hatte ich meine schienesische pads und danach habe ich bobby braun so ja das war es normalerweise den primar mache ich ganz ganz selten auf mein gesicht aber diesmal wird es ja test ist da habe ich auch primar von baby braun auf der seite und hier nehme ich keinen direkt auf das auf die pflege tue ich dieses foundation die foundation ist in der farbe 1,2 p ja die oxidiert das oxidiert unheimlich so ist und hier würdet ihr sehen dass es oxidiert da hier nehme ich schnell wo habe ich den gesteckt schnell ein ein pinsel von diesem pinsel und ja es ist für meine verhältnisse es ist es ist dunkel ich trage immer so helle aber wir haben sommer und ja deckkraft ist leicht aber kann man kann ohne probleme deckkraft aufbauen und es gibt keine keine unschöne entscheidungen danach hier nach unten ist ein bisschen und es reicht es reicht und sieht glatt aus wie mit dem primar hier dann kann man nicht sagen und mehr brauche ich nicht das ist ja alles was ich immer sogar im kalbe sieht man das oxidiert ist und nehme ich nur den schwamm und ein bisschen mit dem schwamm noch arbeiten das ist das schön angesehen regeln bevor das ist a und o wirklich ok ganz schnell ohne zirkus jetzt nehme ich den konziner der ist in der farbe bei mir 1,0 neutrall das ist ein tüppchen das tüppchen nehme ich sehr hell ist das aber das hat sich irgendwie so ein bisschen und wie ich den konziner immer auftragen das ist in einem in meinem alter direkt unter den augen macht man nicht ich nehme sein so fluffiges pinselchen die kappe und auf dem hand auf der hand und einfach mit kurzen bewegungen hier so enttüpfchen und eine kleine eine kleine schrägchen und ich habe das gefühl dass der konziner der ist bisschen zu trocken der braucht noch mehr bisschen feuchtigkeit dafür um die zu bekommen mache ich sowas das ist die geniale geniale sache das ist das habe ich bei der astrid abgesehen jellerum in spray und da ist mir hilfe bei jedem solche sachen ich mache hier nichts habe ich da angesprüht und ja das war es alles gut kann man nicht nicht schmecken so ein bisschen hier nase nehme ich das größere so so wo ich dieses video machte da habe ich mir schon gedacht das als bei verlosen weil habe ich ja bestelle ich mehrmals das heißt dreimal diese diese ordine foundation und concealer aber da hat sich keiner daran beteiligt da werde ich keine auslosung machen wozu auch auf jeden fall bei polnischen haben sich ganz ganz viele leute beteiligt und das ist ein teil davon ein ein von ordinary ein foundation und ein concealer der concealer ist ein bisschen dunkler foundation ist diese diese ton wie die die ich habe und ja und dazu noch ein paar sachen kommen noch ein paar sachen und hier ist ganz glatt absolut glatt keine mimik es ist ja guck mal perfekt das ist ja durch diese ding wirklich irgendetwas mir nicht passt und durch hauch dünne schicht die hau meine haut ist schon fast 63 und dicke irgendwelche die dick was auftragen egal concealer oder foundation das sieht nicht gut aus nicht hier reichte so halbe pumpe auf dem gesicht und hier viel ja da kann ich ja noch in drei augen dazu dazu bedienen und wollte es nicht einfach kurz wieder mit der hyaluron spray und das ist alles okay meine lieben ich bedanke mich ganz herzlich bei euch ich komme wieder zurück in paar stunden sieben was haben wir es ist ja es ist ja 12 uhr 40 abends 22 uhr komme ich zu euch und sage wie sich das bild ist perfekt also wirklich das ist zehn jahre jung als ich nochmal aussehe genial nicht lachen nicht lachen noch nicht es muss alles sich ja schon einsetzen okay und ich sage euch wie hat sich dieses foundation meine lieben so gezeigt dann man 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 das man 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 Untertitelung des ZDF, 2020